Heute war es ein spezieller Tag für mich, mit dem neuen Verein gegen den Alten. Es hat Spass gemacht. Es hat Spass gemacht, die alte Mannschaft wieder zu spielen. Ich bin auch überzogen, dass es immer besser kommt mit der neuen Truppe. Und dass wir in zwei Wochen bereit werden. Zum einen, dass ein Super League-Verein Interesse hat, hat mich sehr gefreut. Zum anderen, dass es der FC Winterthur ist. Es ist ein Traditionsverein, viele Zuschauer, immer volle Hütte. Man hat es auch gemerkt, schon in der Challenge mit dem FC Winterthur gewinnt, dass es nicht einfach war. Es war immer einiges los im Stadion. Auf das freue ich mich jetzt extrem bei den Super League. Ich habe mit Vaduz schon ein Jahr Super League sammeln können. Und ich hoffe und bin auch überzogen, dass ich das jetzt im FC Winterthur wieder reinbringen kann. Und ich freue mich, wieder Super League spielen zu können. In der höchsten Schweizer Liga, in der man noch eine grössere Plattform hat, als ich das Ausland zeigen konnte. Und ja, auf das freue ich mich extrem. Und das war auch so der Plan. Und ich habe es kaum erwartet, dass es jetzt eigentlich losgeht.